um hallöchen und willkommen wieder zurück zu einem weiteren berg einem infovideo beziehungsweise einem um den geschehen video um und zwar äh erstens ähm ja ich habe seit etwas längerem ein neues profilbild und ja also ihr seht vielleicht manche mögen es nicht manche mögen es ich persönlich mag es also das ist mit minecraft da ich glaube ich weiß was ich glaube ihr wisst was ich meine so auf jeden fall ähm ja es ist hammer geil finde ich eigentlich es sieht wirklich sehr 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 gut aus und der verantwortliche dafür ist der dork vanikuzu ähm wenn ich das irgendwie falsch ausgesprochen habe dann schlag mich mal bitte ansonsten yeah du bist cool auf jeden fall es ist sehr 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 cool ich werde es ja mal einblenden für die die es immer noch nicht gesehen haben so wunderschön ja auf jeden fall ist es nicht das einzige was ich gerade bekommen habe sondern gerade heute habe ich nämlich heute nein eigentlich gestern habe ich ein neues outro bekommen und das sieht hammer aus also ich ich finde es geil wie nichts ähm die musik habe ich eingefügt ähm einen kleinen effekt habe ich auch eingefügt aber ansonsten ist alles also gemacht von einem bestimmten herrn den die meisten eigentlich schon kennen oder einige und zwar ist das nämlich der sogenannte cool arts ne also es ist der minecraft goodie der der mir das intro gemacht hat und der hat mir jetzt auch ein outro gemacht einfach ich ich finde es cool also ich es ist wirklich hammer geil und ich mag es wirklich ähm also ich wollte mich tausendmal bei euch zwei bedanken auch vor allem bei dir auch cool cool ich weiß nicht wie das wie man das ausspricht so cool arts beziehungsweise ähm der cool arts der hat auch einen neuen Kanal gemacht also der minecraft goodie ähm ja ich weiß nicht unter welchen Namen ihr ihn kennt deshalb sage ich es einfach mal cool arts ich glaube so will er genannt werden auf jeden Fall ja er hat einen neuen Kanal der heißt cool plays cool plays ja 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 auf jeden Fall ja das ist ein let's play Kanal er hat ihn ganz 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 neu gemacht und ist ganz 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 frisch und ja also wenn ihr wenn ihr Lust habt und Bock habt auch einen coolen Lesplayer zuzuschauen ja er ist wirklich ein cooler Typ und naja also übrigens dazu wollte ich noch sagen ähm er kommt höchstwahrscheinlich auch in das ähm das 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 äh das Userfun Projekt deshalb naja heilige Mutter das ist mein Hund der gerade an meiner Tür hat es kratzt naja egal auf jeden Fall ja ähm ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken ich werde vielleicht mit dem cool plays noch ein paar Aufnahmen machen wer weiß mal schauen wir werden es noch sehen ansonsten würde ich sagen wenn es euch gefallen hat dann lasst doch ne Bewertung da und wenn es wenn euch das Profilbild gefällt dann geht doch mal bei Dark Fenikuzu vorbei und schaut da unten vorbei in der Beschreibung da ist er und die zwei Kanäle von Cool Arts beziehungsweise Cool Plays verlinkt und ja wenn euch das Outro gefällt das bald gleich kommen wird als Outro ist ja irgendwie auch klar ähm ja das heißt wenn es euch gefällt dann könnt ihr auch bei ihm vorbeischauen wird mich selbst auch sehr sehr freuen und ansonsten würde ich sagen wenn es euch wirklich gefallen hat dann lasst doch ne Bewertung da an ansonsten würde ich sagen wir sehen es beim nächsten Mal und bis dann tschüssli diesli und tschau egal tschüss scheiß doch mal als Outro Bis zum nächsten Mal.